Nach dem Rücktritt vom langjährigen DFB-Direktor Oliver Bierhoff ist nun seine Nachfolge scheinbar geklärt, denn wie der Sportbasser nun berichtet, will man beim Deutschen Fußballbund jetzt die Aufgaben von Bierhoff wohl auf mehrere Schultern verteilen, namentlich auf zwei Personen mit Ex-Nationalspieler Semmy Khedira und Juniorencoach Hannes Wolf. Somit soll es dann halt eben neben Rudi Völler, der als Sportdirektor fungiert, eine Doppelspitze aus Semmy Khedira, der sich eben vor allem um die strategische Ausrichtung beim Verband kümmern soll und eben Hannes Wolf, der ja aktuell auch U20-Auswahlcoach ist und der soll sich dann halt eben mit dem Nachwuchs und der Talenteausbildung beim DFB beschäftigen, was ja auch auf jeden Fall ein extrem wichtiges Thema ist. Khedira müsste dazu noch sein Amt als VfB-Berater wohl niederlegen, wobei ich da jetzt kein allzu großes Problem darin sehe und ohnehin bezweifle, inwiefern er da wirklich gebraucht wird bzw. ob er nicht eher nur als Repräsentant für den VfB dort angestellt ist. Um jetzt aber nochmal auf die neue Doppelspitze zurückzukommen, so bewerte ich das durchaus als positives Signal. Es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass man da jetzt mal zwei jüngere Männer auswählt, sag ich jetzt mal, die schon noch so ein bisschen ein erfrischendes Element in den DFB reinbringen, gerade nach der recht älteren Taskforce, die sich ja damals beraten hat. Und da denke ich, ist das auf jeden Fall ein positives Zeichen. Zwei noch recht junge, die dafür aber halt auch extrem unerfahren sind. Das könnte ein Problem werden, muss man natürlich auch so offen sagen. Aber ich sag jetzt mal, auch ein Bierhoff hatte keine Erfahrung, als er damals beim DFB angefangen hat. Anfangs war es ja doch auch durchaus positiv. Also würde ich jetzt hier nicht kategorisch ausschließen, dass es nicht klappen könnte. Allerdings ist natürlich offen, ob es dann im Endeffekt wirklich klappt. Denn natürlich ist das ein großes Risiko. Man wird nicht wissen, ob es klappt. Generell muss ich sagen, Hannes Wolf ist zwar als Trainer vielleicht nicht der Beste gewesen, was Bundesliga-Fußball auf Profiebene angeht. Aber ich glaube, im Jugendfußball hat er dann doch oft recht gute Arbeit geleistet. Hatte einen guten Draht zu den jungen Spielern. Und da denke ich, dass das der Talent der Ausbildung für die Zukunft definitiv helfen wird. Also das ist auf jeden Fall ein guter Schritt. Generell die Verteilung der Aufgaben auf zwei Schultern statt nur auf eine Person finde ich auch vernünftig. Also falls es wirklich so kommen sollte mit der Doppelspitze neben Völler, dann fände ich das eine gute Lösung, die auf jeden Fall erfolgsversprechend sein könnte, aber eben nicht muss, aber es wäre auf jeden Fall mal ein gutes Zeichen vom DFB, finde ich. Das soweit meine Einschätzung zur neuen DFB-Doppelspitze aus Hannes Wolf und Sami Khedira. Wie gesagt, sind jetzt gerade nur Gerüchte, aber es sieht schon sehr wahrscheinlich aus, dass es so kommen wird. Aber mal schauen. Lasst mich gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!